Wann explodiert sie? Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich von meiner Seite aus. Guten Abend. Ich lebe nicht. Moin. Moin Moinsinn. Moin Moinsinn. Wir sind schon alle gut gleich behindert, oder? Ja, ja. Ich finde den Weg nicht heraus. Heraus. Wissenschaftler haben herausgefunden. Und sind wieder reingegangen. Oh wow. Äh. Hitfucker nade. Mila. Mila. Niko 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 Niko. Mach mal die Tür zu da. Oh Dario. Dario. Hallo. Hallo, 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 hallo. Ja moin, alter. Noch mehr Leute. Wo ist Tom? Tom ist auch noch da. Alles klar. Hey. Stopp. Ich hab nur random geschossen. Hey, wie ist das hinter mich? Wer war's? Ich hab einfach mal auf alle einmal geschossen. Ich hab einfach mal auf alle einmal geschossen. Weißt du, da bin ich jetzt einmal und dann machst du so random schade. Ja. Ich habe tatsächlich gerade einfach nur an die Wand geschossen. Um mal ein bisschen Stimmung zu machen. Ich hab Minoscore. Leon. Leon, weißt du, woran du mich erinnert hast? Weißt du, dass du das gemacht hast? Na. Man könnte ja auch einfach mal alle anschießen. Ja, aber da kriegt man Minoscore. Das ist vielleicht nicht so schlau. Wieso? Ich hab zwei Punkte. Ja, die Punkte meine ich gar nicht. Das juckt mich nicht. Ich kann gut genug treffen. Dario? Stopp. Hey, Tom, komm mal hier unten lang. Lauf mal hier unten lang. Wo? Dario, du... Jürgen, was ist das denn? Macht man nicht. Macht man nicht. Ey, was soll das denn? Das weiß ich nicht. Tom, warum bist du denn kacke? Was macht die Parkgasse? Du schadest noch so weiter entfernen. Wieso fängst du einfach an auf uns zu schießen? Wieso? Wir sind keine Chance da, Alter. Wieso keine Chance? Einer hatte keine Waffe in der Hand und der andere nur Pumpgun. Ja, nur Pumpgun, das ist die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Alter Junge, jetzt ist es nicht mehr lustig. Ja, echt nicht. Echt nicht. Spiels Guten. Ich bin bei Dario. Hallo. Bei Dario, dem kleinen Schwungelheld. Schwungelheld. Bester MP im Spiel. Bester MP im Spiel. So, komm, lieber den Traitor. Hallo. Hallo. Hi. Hallo Nikolai. Hallo Nikolai. Hallo Nikolai. Hallo Nikolai. Komm du aus. Hallo. Hallo Mila. Nikolai, komm mal mit. Nikolai, hier. Ja, machen wir Tür zu. Das bin ich Tom. Komm mal mit. Tom, du musst dir mal angefühlen die Namen zu lesen, das bin ich. Leon, komm mal mit. Komm mal rein. Nein. Geh du zuerst. Nee, du zuerst. Dann komm ich hinterher. Da glaub ich dir nicht. Geh du mal zuerst, ich komm nach. Nee, geh du mal zuerst. Das glaub ich dir nicht, dass du nicht nachkommst. Äh, Nikolai, komm mal her. Du meinst, nach unseren Aussagen macht er das jetzt noch oder was? Wir warten her in den Club. Guck mal, ich hab Waffen gefunden. Ich weiß nicht mal wo ihr seid. Leon, verpiss dich, verpiss dich. Panik, 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 Panik. Panik, Panik, Panik. Kriegst du Panik? Kriegst du Panik? Leon, ich spring dich um. Mann, wo ist eigentlich? Ich spring dich um, Alter. Ich spring dich um. Danke, Stopp. Alle. Da, Jun. Was ist das denn? Oder für Scheiße. Ich stand genau vor dir. Genau vor dir. Ach nein, was schießt hier. Hauptsache. Ey. Hauptsache. Tom spielt auch in TTT mit Negev. Alter, wie geht das denn, ey? Unbelivable, ne? Mit Hardgars. Negev ist einfach OP in jedem Spiel. Ja, sag ich ja. Ja, sag ich ja. Negev. Ey. Die Scoop. Die Scoop. Alter. Habt ihr eigentlich Tinos und Lyons hier Surfing Around Dingens abonniert? Alter, wo die überall sind. Ist ja insane. Ist ja krank. Ist ja krank. Ist ja krank. Ist ja auch nicht. Ey, der hat Geld für die überhaupt nicht mal, ne? Schon wieder, Eno. Ja auch. Ey, was soll das? Nein, ihr Arschlöcher! Du bist durch eine Disco in Lava geflogen oder was? Ne, jemand hat den Knopf da gedrückt. Nein, ich bin in Gefängnis gespawnt. Nein, ich bin in Gefängnis gespawnt. Lass ihn mal da schon da drin. Kommt alle zum Gefängnis und guckt ihn an. Als ob er ne Attraktion wäre. Wir können ihn hier aber nicht angucken. Jetzt kann ich's aufreffen. Kommt alle zum Gefängnis. Ja, wo bin ich denn da aus? Hier, hier drin ist er. Hinter der Tür, hinter der Tür. Da siehst du. Komm mal ganz... Da! Da! Das Arschloch! Mann! Du Arschloch! Man kann ihn übrigens treffen, wenn er rausbackt. Ich aber auch. Davio, was machst du? Jürgen, hast du mich grad angeschossen? Du hast... Ey, du Arsch! Ja ey, das schießt sich nicht an! Das war aus Versehen, Mann! Leute, einer fehlt. Ja, ich... Nikolai. Weil er mich angeschossen hat. User joined your channel. Warum hast du Nikolai erschossen? Weil er mich low geschossen hat. Und dann hat er weiter auf mich geschossen. Ich hab ihn dann einmal angeschossen, er hat weiter geschossen, hab ich noch umgebracht. Pfff! Oh Junge. Ich war grade stuck auf einer Disco. Wer war auf der Nähd gerade drauf? Ich. Hab ich doch gesagt, ich war grade stuck auf einer Disco. Heißt dir Disco die Waffe? Disco... Das ist ein Disco... Was ist Disco? Das ist eine Disco-Combulator-Granate. Heißt Disco-Combulator? Oh, Disco! Disco, Disco, Party, Party! Schränk dein linkes Auge! Schränk dein rechtes Bein! Disco... Party! Ich hab grad Falschhaut passiert. Ich hab Nikolai wiedergefunden. Hallo Tom. Tom, warum bist du low? Ich bin runtergefallen. Ja. Ja. Ja, wie willst du hier runterfallen? Willst du da wirklich längs Leon? Ne. Jo Mädels. Bist du wirklich hinter mir, ja? Ne, ich bin auch wieder weg. Was ist das Passwort? Ach, ich möchte mich hier längs gehen. Sorry. Aua. Nicht im Stream sagen. Wer ist denn das jetzt hier? Was schießt ihr denn alle auf mich? Ach, Tom. Was? Warum bist denn du das jetzt? Warum bist denn du das jetzt? Warum bin ich denn das? Er sagte sowas. Und warum schießt Minan auf mich? Ich hab nur gegen die Wand geschossen. Und warum macht Dario mit? Was soll denn die Kacke? Alle Leon töten. Ne, alle Leon die Punkte aus der Tasche ziehen. So, warum nicht? Kriegen wir auch einen Plan für mich. Ja, haben die sich auch gedacht. Dann könnte die Map aber gar nicht hochgehen. Das Tom hat doch echt richtig, richtig geimpft. Hilfe! Ich weiß, ich gucke gerade ein bisschen random. Immer ist immer Tom. Ne. Wie du verstehst. Was machst du? Perfektes Timing. Hä? Wie? Mit deinem Superschaf. Was war das? Was war das? Mit deinem Superschaf. Er ist aufgenommen. Du hast dich selber umgebracht. Du hast dich selber umgebracht. Ich hab das aufgenommen, ja. Ach so. Kann man den auch benutzen als Innocent? Ja. Ist das unfair. Auch wenn du eine Mellonauter noch nicht abgeschossen hast, kann ich das auch noch benutzen. Das hat du noch heftig selber getötet. Nee. Nein, nein, ich habe das geschossen. Ja. Letztes war schwer zu knacken. Ah, die Web ist witzig. Jungs, wir haben es geschafft. Wir haben einen Zuschauer. Nice. Boi. Sehr schön. Immer noch einen schönen Abend wünsche ich. Famous. Famous. Moment, ich glaube ja nicht. Dommelses, komm. Ha, ich lach mich tot, Mann. Ganz kurz noch ausgucken. Dengenommen sogar zwei. Ja, gut. Du bist auch einer? Nee, ich habe ja meinen Dashboard nebenbei. Moment, Yannick ist jetzt auch... Nee, Yannick ist noch nicht dabei. Haben wir eigentlich schon 10? Ich soll noch hinterher. Du solltest noch hinterher. I'm in on. Weil dann sind... Dann haben wir nämlich zwei Traitor auch. Das ist nicht gut. Ja, erst und dann wird es interessant. Wir hören sehr gut. Da geht jede Runde darauf. Oh, shit. Du Opfer. Ich habe alles live auf Band. Sehr gut. Ich meinte meine Schizophrenie, aber das klingt besser. Huch. Mann, Milan, verpiss dich. Hallo, Tom. Er ist schon tot. Du auch. Das hat diese länger ab. Ey! Wer schießt? Milan hat gerade Disco auf mich... Aua! Was soll die Scheiße? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss sagen, die ist echt gut. Nee, die Granate. Also... Ich kann nicht verstehen, wieso du die mal geworfen hast. Nein! Geh da weg, Milan! Geh da weg! Was? Geh weg! Vor allen Dingen weißt du erst... Dreimal geh da weg, geh da weg! Und dann irgendwann sagen, was man eigentlich getan hat. Feuergranaten in dem Game? Incentaries, ja. Da ist auch ne... Da ist nochmal so eine. Ja, okay. Ich gehe schon. Hui! Munition! Die Möwen, Junge! Die Möwen kommen! Ach, Schade! Moment! Wenn Nikolaj sowas sagt, dann kommt jetzt gleich ne Taube und einer ist tot. Nee, ich hab Möwengeräusche gehört. Achso, okay. Die Möwen kommen, Alter! Fuck! Ich hasse diesen Berg! Ich hasse diesen Berg! Ich hasse Feuer! Er ist, glaub ich, dran gescheitert. Das ist der Witz an der ganzen Geschichte. Ha! Ich lach meinen Sack ab! Ha! Jemand hat auf mich geschossen. Jemand hat auf mich geschossen. Ey, jemand schießt auf mich! Und? Ja! Im Wasser! Hey, das bist du! Warum schießt du auf mich? Ich dachte, dass der geschossen hat. Achso! Er hat jetzt geschossen? Tom hat geschossen, wenn er so fragt. Warum soll ich das fragen? Ja, ich weiß es auch nicht. Warum soll ich das fragen in dem Spiel? Wer ist da oben drauf? Ich! Meine Wenigkeit! Ich hab's gleich geschafft! Ich bin's! Ich bin's! Okay, Milan ist rounded. Hm? Was? Sorry, meinte die. Ja. Das ist Nico. Wo ist Tom? Ich bin auf dem Berg. Moment, da seid ihr alle drei auf dem Berg. Wer hat mich jetzt gerade beschossen? Welcher Wichser von euch? Tom, vielleicht sind wir alle da. Nein! Das muss Tom gewesen sein. Ich hätte ihn schon längst töten können einmal. Da hab ich ihn ewig abgesculpt. Ich hab grad Feuer in die Lava geworfen. Boah. Du bist ein ganz schön schlauer Mensch, ey. Aber es brennt nicht. Was hab ich mit Dario? Alter Junge, kriegst du überhaupt irgendwas mit? Dario gestorben? Dario ist am Anfang der Runde von... Was hat das eigentlich mit Tom zu tun? Das fragt man sich immer. Darf ich jetzt Tom erschießen? Warum nicht hier eigentlich? Nein! Nein! In der Lava! Tom schießt auf mich. Ich hab auch noch 8 HP. Okay. Tom ist es. Er ist hier unten bei mir. Du lebst. Wenn du auf mich schießt, dann will ich es auch auf dich. Der schießt auf mich. Tom hat nen Hit. Niko jetzt hilf mir nicht. Äh, hilf ihm nicht. Okay. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Tom es ist. Ich mir auch? Hä? Wer war das? Dario? 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 Wer war noch Traitor außer mir? Niemand! Janik ist jetzt erst drauf. War Tom jetzt Traitor oder was? Ja. Wer war noch Traitor? Niemand! Keiner! Achso! Ich dachte ich hab nen Maid. Ich wundere mich wo man Maid immer stecken. Du musst einfach mal Tab drücken. Ich das da? Nein, ich bin weiß. Ja, wenn du Tab drückst, dann siehst du als Traitor, wer dein Traitor Kollege ist. Wenn jemand rot angezeigt ist, hast du keinen. Okay. Stell mal ein, dass man Clips einspielen kann. Ja, ähm. Ich musste noch. Müsste einstellen, dass der D. Inno! Inno! Leute jetzt nicht vergessen, wir haben jetzt zwei Gegner, ja? Ich bin Ashen. Du bist Ashen? Ja, ich esse gerade. Achso. Niko. Hallo Leon! Hallo Leon. Wieso? Hallo Leon. Jetzt zwei. Ich hab dich den ganzen Werk runtersegelt. Dann Inno. Äh, Dario! Ja? Äh! Ey, verpiss dich! Runter! Ich will nicht dein Sack in meinem Gesicht! Ich glaub Niko ist. Niko ist. Wohin? Aber es sind zwei. Was ist das Gefährliche daran? Oh Dario. Dario. Ist das zweimal? Ja. Tippen low. Aber wir sind schieben. Ah! Dario bist du gerade runtergefallen. Wo seid ihr eigentlich? Ja, bis ihr mich runtergefallen ist, wir sind jetzt low. Moment, wir sind alle hier am hüpfen oder was? Nö. Wo seid ihr? Irgendeiner stirbt doch gleich von uns. Ah, hier seid ihr. Berg am Hüpfen. Hallo Dario. Hi. Warum seid ihr beide eigentlich schon gehört? Bei Minari. Ja, hi. Hi Tom. Dario, hier kommen wir nicht so gut weiter. Doch, hier kommt man weiter. Pass auf mein Sohn. Ich hab's schon gesehen, mein Sohn. Warte mal kurz. Hier ist. Ist auch hier. Komm los, Dario. Fuck! Ja, diese Steuerung ist so schwammig, ne? Ja, ich weiß, wo Dario ist. Weißt du, wo Dario ist? Janek, Janek. Ich bin unlobig Janek. Du bist ins Feuer. Janek, Janek. Aua, 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 Aua. Komm. Aua. Wie viel Leben hast du noch mal hier? Warte mal kurz. Wo bist du eigentlich hin? Du bist komm, Bonato. Und er verpissst dich. Um. Alla Akbar. Alter. Komm, schub sie, Leon, schub sie. Dario, hast du noch? Dario. Dario. Janek, äh, Nikola lebst du noch? Was? Dario, ich hab Dario getötet. Nikola? Niko ist tot. Ich hab Dario getötet. Und... Er hat wahrscheinlich zwei Chancen gehabt. Du hast Dario getötet. Nee. Nee, es gibt ja zwei Traitor, ne? Scheiße. Warte, wer ist jetzt noch übrig? Zwei müssen noch übrig, ne? Das heißt, ein Traitor. Oh, ich habe das so. Vielleicht ist es auch Manuel, ne? Aber Dario war safe. Nice, hast du gecheckt? Nee, nee, die sind oben auf dem Berg, da will ich nicht hingehen. So. Hey! Fuck! Ganz froh verleitern. Ja, hi! Was? Janek? Ja, ich? Janek? Ja, ich? Ja? Hi, komm. Janek? Ja, was ist? Ich bin nicht alleine so. Ey! Was schießt mich einfach an! Ich steh hier einfach, will ich nicht alleine sein und bringe mich hier rum. Also versuch mich umzubringen. Oh. War's das, ne? Ja, aber warum hast du angefangen zu schießen? Aber warum hast du angefangen zu schießen? Weil du mich verfolgt hast! Nein! Ich war... Er hat das eine klare Begründung gegeben. Er wollte nicht alleine sein. Aber du warst erst bei mir, dann warst du wieder bei mir, dann warst du wieder bei mir. Ja, ich wollte nicht alleine sein. Dann Apes wieder so kruppel dich rein mit deiner Scheiß-Shotgun. Ja! Wie soll ich sonst anschauen? Einige Leute haben eine Shotgun, Janek hatte eine Scheiß-Shotgun. Ja, ich hab scheiße. War gut genug um Fahnen zu drücken. Ha ha ha. Komm mit dir. Ein bisschen ha ha hi hi, wie Memo sagen würde. Ja. Boah! Boah! Alter Vater! Kurz die Maus wieder gerade ziehen, weißt du. Ja, das war's gut komplett. Ich bin wie der Traitor übrigens. Er schießt mit ihm. Dario tötet. Ich töte dich, ich töte dich. Ja, Dario. Dario, ich töte dich jetzt auch. Dario, ich töte dich. Dario, ich töte dich. Tom. Milan bei mir, Milan bei mir. Ja. Nico bei mir. Hola. Oh lol, das hat, Alter, voll viel Dammit gemacht. Ja, was willst du von mir? Ja. Ich bin ein Auto. Das war random. Das war schon ziemlich, wenn... Ich bin ein Auto. Warte mal, wer ist hier tot? Wieso ist die schon tot? Wer ist das hier? Minari? Minari, kuba, wieso ist hier noch einer tot? Tom? Okay, Milan, das ist. Hä? Ich hab mich eingesehen. Wer ist das hier? Minari? Minari, kuba, wieso ist hier noch einer tot? Tom? Okay, Milan, ist es. Ich hab mich eingesehen. Ich bin gerade hier hochgegangen. Ja, ich versuche halt noch einen dreckiger von dir abzulenken. Wieso ziehst du jetzt auf mich? Also es ist entweder jetzt Nico oder... Es sind beide. Wenn du wirklich kein Traitor bist, dann sind es beide. Ja, Nico schießt auf mich. Ja, der andere ist Milan. Aua. Milan ist tot. Ja, Nico ist noch bei mir. Ich habe Angst. Wo ist er denn? Es ist interessant, dass ich dich durch die Wand sehen kann, mate. Wo ist es denn bei dir? Weißt du, was das Ding ist? Du hast ihn erschossen. So sieht es aus. Okay, ich brauche jetzt einmal kurz Hilfe. Einfach warte mal, Leon, du wirst mir das richtig nicht sagen, oder? Was denn, wo ich bin? Ja. Oder wie man was kauft. Wie man Schaf zum explodieren bringt. Äh, Bodentreffen. Du hast das falsche Schaf gekauft übrigens. Echt? Das ist das Detektor-Schaf. Wie kannst du boosten? Was für einen dummen Sound das gemacht hat. Wie kannst du boosten? Ja. Du hast das Schaf geboostet. Wie? Einfach R drücken. LOL. Das hebelt gerade alles aus. Das erklärt auch, warum ich darüber durch die Wand sehen konnte. Ja, weil wir dann mit dem Schaf, das andere Schaf ist roten und weiter unten. Warum sag ich das überhaupt? Ja, ich habe keine Kräfte mehr. Aber ich muss mich einmal kurz selber pushen. Tom und Janik, die standen nebeneinander und ich habe Tom mit einer Taube abgeworfen und beide sind weggeflogen. Und ich dachte, dass Janik ist. Warum reagieren wir nicht? Wieso redest du? Psch, 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 psch. Das ist gerade perfekt ruhig. Warte mal. Eigentlich darf man nämlich gar nicht reden. So sind die eigentlichen Regeln. Ich habe keine Credits. Ich habe noch eine Minute fünf. Also du hast doch eine Minute fünfzehn, ne? Also du hast doch eine Minute fünfzehn. Oh. Alter, Alter. Alter. Na, so kriege ich die Zeit schnell rum. Junge! Junge, ich bin... krasser als Dellinger, Junge. Ach, scheiße! Jawohl! Wie viel Leben hast du noch? Ah, sechs. Ich habe die sogar noch getroffen, Alter. Typisch läuft wieder einfach erdrücken. So sieht es aus, Mensch. Alter, ich musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht den übelsten Lachdash kriege, weil Tom und Dominik beide weggefetzt ist, Alter. Tja. Alter, Milan, der Headshot von mir gegen dich, ne? Der war so zuckersüß, ne? Oh, nee. Doch. Du hast dich einfach kassiert. Du hast dich nicht mal gesehen von Wu. Doch. Habe ich. Ja, ich weiß. Ich habe auch auf dich geschossen. Ich weiß, aber du bist einfach rumgefahren. Ja, ich habe einfach besseres A-Mal zu. Ja, war halt schon lucky denn, ne? Ich habe einfach besseres A-Mal zu. Ja, da kann man nichts machen. Ja. Das ist halt einfach scheiße, ne? Das ist einfach so aus. Na ja, guck es. Lade. Was jetzt? Naja. Wie fühlt sich das denn an, so scheiße zu sein, Mensch? Och, du, weißt du... Warum habe ich den nicht huge dabei, Alter? Was war die Scheiße? Dario? Ja, ich habe keine Lust, weiter zu reden. Bester Mann, ey. Das wäre so geil. Zug. Weißt du, einfach weg vom Fenster. Und jetzt hat Leo und Dario nicht hier und wartet nur, bis er weiterredet. Nein, das wäre zu krass. Hallo. Wie Dario lebst du noch, Yannick? Ja. Also leben noch alle. Lebt irgendwer nicht mehr. Dario? Nö. Ich habe diese Frage. Der will dir wohl nicht antworten. Was soll das denn heißen, Leon? Heißt das doch schon eingekillt? Nein. Es reden doch noch alle. Nee, also gerade nicht. Doch. Jetzt gerade. Achso, jetzt gerade, nee. Das stimmt. Ja, klar. Merkst du selber, wie du dich in Widersprüche verstrichst, ne? Alter, Juma, was willst du schon wieder von mir, ne? Gehst du dir voll auf Unschlack? Hallo, Dario. Hallo, wer ist hier wohl, Mila? Ah, Moin, Dario. Ah, Mila. Ich hab's auch gekauft. Hier, drück mal. Bin in einem Gehause. Dario? Oh, scheiße, sorry. Nein, sorry, sorry, das war nicht beabsichtigt. Ich bin dann sicher nicht auf die Maustaste gekommen. Moin, Moin. 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 Drück mal. Dario? Oh, ich seh keinen Knopf, Mila. Siehst du deinen Knopf? Ne. Was? Das haben wir nicht. Dario ist das. Jo, richtig. Dario ist low. Das glaub ich, dass Dario ist das. Das ist falsch. Ey. Ich bin auch angeschossen. Aber von wo? Nein, also Nikolai ist das. Irgendwo vom Berg aus so ich angeschossen. Was ist das? Minario. Minario. Ich seh, ich dachte, Milan, du. Ich dachte, du wirst Dario. Ich dachte, du wirst Dario. Nice, Dario, Alter. Easy gemacht, ey. Ja, und Dario hat noch zwei Scouts von mir bekommen, glaub ich. Einmal kurz die Situation. Kommt jetzt nicht in den Traitor-Tester rein. Und Dario soll drücken. Dario sagt, ich seh hier keinen Knopf. Nikolai, siehst du hier einen Knopf? Ich glaub, den Knopf zu drückt eh wie ein Behinderter. Aber da passiert nichts. Auf einmal hab ich 50 Stunden. googeln den Knacken. Dario einfach komplett aussmartet, der Junge. Dario, geile Runde von dir, ja. Danke. Kein Fall. Ich dachte, ich wollte nämlich schon sagen, hey Dario, bist du behindert? Da ist ein Knopf, aber das ist... Oh Gott, ähm. Ich reg' ich mich schon wieder auf. Du reg' ich in Rage, du reg' ich in Rage. So, okay. War ne lustige Runde. Auf geht's. Hallo Dario. Dario, kick den. Wie da? Ey, was denn? Hä, versteh ich jetzt nicht. Hä, was denn, als ob ich irgendwas falsch gemacht hab, Marc? Ey, und du scopest da so auf dem Hügel, was soll das? Nein, tu ich nicht. Ich scope nicht, ich sitz nicht mal irgendwo fest. Milan, geh da rein. Nee, du bist weiter. Okay, ich geh' rein, ich geh' erst rein und dann gehst du rein. Oh oh. Das bringt mir ja nichts, wenn der Trailer ist. Hallo, 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 hallo. Wenn ich jetzt aufhör zu reden, dann ist WLAN es, ja, ja, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist übrigens sehr hoch, dass einer von euch dreien das ist. Ich bin's auch in Ordnung. Ja, ich kann auch rein gehen. Pass auf, was mit abgezogen wird. Leon, hau ab. Leon, geh rein. Wir bringen dich um, wenn du jetzt nicht rein gehst. Nein, Tom, geh' erst rein. Nein, Leon, geh' du gehst rein. Wieso? Tom, du sagst, du standst die ganze Zeit dabei. Ich möchte, dass Tom jetzt erst rein geht. Tom, geh rein. Ich bleib' hier stehen. Ja, scoping ab. Würde ich mir sagen, wo der ist. Alles klar, die anderen beiden. Nico und Janik sind's. Lass mich rein. Ja, komm, geh rein. Rück drauf. Tatsache. Alles klar. Janik und Nikola, ihr seid so Bastard. Ist Bastard? Wo ist der? Was ist bei dir? Er hat eine Taube, der hat eine Taube fliegt. Eigentlich seid ihr die Taube gerade. So kann man das Spiel natürlich auch kriegen. Wie kommt man oben auf dem Berg auf? Einfach hochjumpen. Jump'n'Run. Der ist doch ewig. Nein, 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 nein. Halt, stopp, stopp, stopp. Hey, lass mich doch hier hoch. Fuck me. Aha. Es ist jetzt sowieso ob hier ist. Dario? Dario? Sag mal, es ist sowieso ob hier ist. Ach, Mann. Ich will wissen, wie du gestorben bist. Ich will wissen, ob ihn meine Taube noch geholt hat. Nein, das wäre echt witzig. Wo sind die denn? Warte mal. Aha. Oh, alles klar. Ey, Taube ist echt das Wort. Irgendwann hat er eigentlich den Traitor-Job. D. D. Ah. Oh, lol. Ja, du hast ja Traitor gespielt, der ohne Schab. Wäre auch gut. Ich glaube, du hast Probleme gleich. Hab ich? Letzter überlegt. Ich glaube, du hast gleich eine Taube in der Fresse. Ich glaube, du hast halt drei Taube in der Fresse. Nee, ich glaube, Yannick stirbt jetzt einfach ganz nützlich. Ja, das glaube ich auch. Warte, dann, das ist es. Ey, diese zwei Löcher vor der Lava, ne? Kann ich jetzt nicht auswählen. Diese zwei Löcher vor der Lava, ne? Sind so. Oh. Das wird jetzt interessant. Oh! Boah, schönes Ding, Alter. Easy. Aber einfach Ulo, Junge. Erstes Mal, ja, ich... Also zum ersten Mal spiele ich mit Raidershop, ne? Und dann... Oh, Yannick wurde TTC entjunkert. Ich wollte gerade sagen, tatsächlich. Ich spiele dieses Game jetzt schon seit ewig. Ich glaube, jetzt kommt eine lustige Map, Leute. Ich wusste es mal, Nikolai. Eine neue, die wir haben. Nikolai, ich habe, glaube ich, schon 30 Stunden in dem Spiel gespielt. Ich wusste es mal. Damals, als ich noch jung und frisch war, da habe ich das Spiel gespielt. Hast du viele Stunden ich in dem Spiel habe? 1300? Nein. Monster 3000. Ja, Monster ist aber auch ein Hurensohn. Ja, das stimmt. Ich weiß, wie kann man da jetzt Gegengang-Mönchen? Gar nicht. Es geht nicht. Es ist einfach ein ganz unschlagbares Argumenten. Nikolai, es ist ein Nikolai. Es ist ein Nikolai. Es ist ein Nikolai. Ey, ähm, ich habe dir, äh, Spinaz, ich habe dir die Story von, von, mit Monster noch gar nicht erzählt, oder? Habe ich dir schon erzählt? Ihr unterstreicht nochmal die Hurensohnigkeit von ihm. Nope. Oh. 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 Ähm, ich habe, ähm, äh, ich habe ihm mein, mein, äh, hier, Prime Account von zuerst geliehen. Meine zu ihm so, yo, hack aber nicht drauf, weil ich weiß, dass er gehackt hat auf seiner, als er kommt. Was ist? Er hackt. Und, mein Account wird gebannt. Alle verlieren, äh, oder haben auch viele von uns verlieren den Rang. Darryl, du hast den Rang auch verloren, oder? Ja. Ich auch. Ja, wer bist du? Soll ich Enno? Ähm. Ja, ich bin Enno. Und ich stehe nach oben. Alter. Und es kam nicht mal eine Entschuldigung von ihm. Moment. Ich habe so das Gefühl, das Spiel ist für mich gerade vorbei. Wieso? Warum? Ich bin hier gerade irgendwie, ach nee, gefangen. Hashtag einfach ehrenlos. Warum ist, warum ist Mario dabei? Weil ich, weil ich jetzt gerade downloadet, ich will ja lange, ist keine Ahnung. Das dauert bei mir dann immer. Ja, ein Opfer ist. Ah, Milan, das wird so eigentlich, oder? Yo, Darryl. Yo, 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 what up? Hast du da oben noch irgendwie eine andere Waffe oder Munition oder sowas? Eine Farmers oder so, glaube ich. Na immerhin. Wie wird geschossen von... Ja, das stimmt. Aber es kam nicht, wie das stimmt. Wo seid ihr denn? Das sind alle erstes zu Ende geredet. Wann soll ich denn früher das stimmt sagen? Leute, was sind viele für einen Hackerraum gefunden, Alter? Wo bist denn du jetzt hin? Guck mal hier unten. Warte mal. Wo seid ihr denn? Ich bin hier in der Mitte. Auf unserer Insel da reden? The fuck. Komm mal bitte hier runter. Ja, komm mal, warte mal. Wo komm ich hier wieder hoch? Ist das Bad Wars? Wo kommen wir neben? Wie kommen wir nach der, ganz oben? Äh, Leon? Ja? Verwirrt. Bist du auch bei dieser Brücke runtergefallen? Ich umgib dir einen geistige Geist. Bei der Brücke, ja. Und dann in diese Löcher da rein. Hier? Guck mal. Pass auf. Guck mal, hier. Ja, hier. Oh, Leute, das hab ich gar nicht gesehen. Guck mal, was die Waffe sind da. LOL. Ja, jetzt gibt's AWP irgendwie hier. Ja, ja, die hab ich da reingemacht. Ich sag mal, bei fast allen Maps. Ey? Ist auf jeder Map. Nee, brauchst du nicht. Alles gut, ich bin eh no. Ich smoke mich hier zu. Das war... Leute, du bist grad durch so ein netter Vortrag gegangen. Ey? Aber gut, dass du... Alle sind auch so AWP waren, leider. Fuck! Ja, wer ist grad auf dem Baum unterwegs? Ich, ob du mal unterwegs war. Toms Leiche liegt jetzt unten. Oh, fuck. Der ist bei dir da ungefähr aufgekommen. Bitte? Wir haben nur einen Traitor, by the way. Ja, ist richtig. Gut, dass du das weißt, Nico. Du bist ein Genius. Was wollt ihr auf Fotzen? Alter, halt euer Maul. Warte mal. Wer hat die Leiche gerade im Wasser umgebracht? Das ist Tom, der ist runtergefallen. Nein, das ist Tom, der ist runtergefallen. Mario bringt Leichen um. Das ist maul. Nico, was machst du eigentlich hier? Wie bist du hier eigentlich hergekommen? Ah, hey! Wie bist du hier hergekommen? Ich bin in den Wasserfall hochgeschwommen. Echt jetzt? Warte mal, man kann die Wasserfall hochgeschwimmen? Ja. Ja, natürlich. Minecraft-Bestall. Das ist ein Minecraft-Best, was erwartest du? Ich glette die ganze Zeit hoch und runter. Das ist einfach... Ja, nur Dario. Wo kann man überhaupt hoch und runter klettern? Ja, ich habe ein bisschen ewig gedauert. Wo seid ihr eigentlich jetzt? Das ist die falsche Insel. Wir sind auf verschiedensten Inseln. Ach, da hinten seid ihr auf der Brücke. Ja, hier sind Nicola und ich und Dario ist auf dem Ballon. Ach, da hinten seid ihr. Tom ist tot. Ich glaube, Yannick ist das. Glaube ich auch. Es ist noch nichts passiert. Er hat einfach keine Ahnung. Das ist auch in Ordnung, aber er hat einfach keine Ahnung. Du kannst ja nicht in den Traitor, aber ich weiß nicht, wo. Wo ihr seid. Du kannst hier im Traitor-Menü und das C kannst du hier in der Mitte. Ein Radar kaufen. Ja. Ich weiß. Aber ich wollte gerne was anderes kaufen. Und ich wollte trotzdem wissen, wo man überhaupt hinkann um die Sammeln. Oh, ich bin vorher schon aufgekommen, glaube ich. Das fand ich jetzt nicht nett. Wuuuuh! Oh cool, hier muss ich es laufen. Ich sage es, Milan kommt dann rauf, wenn wir zur nächsten Map schon wechseln. B, hier gibt es Waffen. Das ist ein Spiel mit Waffen. Hä, Dario? Darf man sich hier abschießen? Darfst du solche brutalen Spiele überhaupt schon spielen? Du mindern hier ein Stück 3-Kipp. What? Okay. Alter, das ist jetzt aber schon ziemlich hart. Ja, ich weiß. Dafür kriege ich dir eigentlich einen Kill. Mein Schwanz ist schon ziemlich hart. Ist das? Hallo, Dario. Ich bin, äh, Yannick. Ja, ha. Ich bin Yannick. Give me great a minute. Jaaa. Something doesn't end up. Wo geht es eigentlich runter? Ja. Nikolai, schießt. Nikolai, schießt auf mich. Halt dein Maul, Alter. Ich habe eine Mail gebrochen. Und das nicht mehr aufgibt. Dario hat ein Gewehr. Du schweizer. E.O. Ja. Okay, du bist auch dabei. Yannick spielt auch mit, ne? Ja. Okay, das ist jetzt ein Spiel. Mobiler spielt nicht mit, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dario? Ich glaube, Dario hat einen Abgang gemacht. Echt jetzt? Du musst schon. Dario lebst du doch. Alter, wie oft Dario in diesem Sch... Also, Dario ist auf jeden Fall K.O.S. Okay. Yannick kommt gerade zu mir. Nein! Okay. Ich habe so das Gefühl, den Traitor wird das gerade echt leicht gemacht hier. Die sind beide runtergefallen. Ich komme jetzt raus. Den gewolltest du auch in den Wasser fallen? Ne, ich wollte eigentlich nur hin und her dribbeln, damit man mich nicht trifft, falls man auf mich zielt. Ich bin nach hinten gelaufen. Moment, ist Yannick jetzt wirklich tot. Dann sind doch Tom und ich. Hör auf, mal Falscher anstirbt, denn endet man irgendwo in der Luft zusammen. Ja. Einen Platz. Echt? Ja. Wo sind unsere Leichen? Ja, ich bin dann am suchen. Wo ist Tom? Hier. Ich habe keine Ahnung. Wo sind sie denn? Ich muss so weit hochfliegen, bis du alles schwarz siehst. Dann siehst du sie. Über der Map, über der Map sind die jetzt. Oh Gott! Ich glaube, Tom weiß, wo ich bin. Bei Leon an der Ecke. Danke! Okay, Tom weiß nicht. Warum höre ich bei Tom gerade meine Tony-Musik? Weil der den Friendship-Beam geschossen hat. Wenn ich runtergucke, ist es nicht schwarz. Wenn ich hochgucke, schon. Warte kurz, jetzt bin ich so wie Dank. Das ist so weg, ne? Nein, gar nicht, lieber Tom und Leon zu. Das ist weniger spannend. Schön. Alter. Janik, bist du auch runtergesegelt? Ja. Ihr seid alle drei runtergesegelt. Die Map ist scheiße. Ja, noch drei Runden. Ich finde die eigentlich ganz geil. Ja, auch. Die ist nicht zu groß und nicht zu unübersüchtig. Janik, für mich als Erklärung, wenn man den Friendship-Beam schießt, diesen bunten Strahl, dieser Laser-Strahl, der von oben kommt, dann hat der, der ihn abgeschossen hat, bei dem läuft die Musik. Okay. Außer nur bei mir dann. Nur bei dir. Ja, also man hört, was sie von dir kommt. Achso. Sonst wäre das Ding zu OP auch. Man muss ja rausfinden können, von wem der kommt. Ähm, wie komm ich hier oben raus? Mann, ey. Oh, Nikolai. Bin hier oben auf so einem... Bin eh noch. Ich glaube, Leon ist es. Wie komm ich hier runter? Ich glaube, Milan ist es. Wie komm ich hier runter? Warum soll ich sein? Jo. Wo kommst du? Da ist ein Leiter. Wo? Tom schwimmt mir hinterher. Da. An der Seite, wo du rauskommst. War es ein Mordversuch? Ich weiß nicht so genau. Das ist Tom ein bisschen Schaden zuzufügen. Nikolai? Dafür gibt's... Ein Hit. Loll, ich checke jetzt erst etwas. Du Arschgeige. Du Arschgeige. Das ist ein paar Runden davor. Dario? Und flieg, Dario. Flieg wie eine Taube. Nein! Ah, äh. Hebt ihr noch? Nikolai? Hallo? Jo. Jo. Nikolai, komm ich hier irgendwie weg? Was geht? Wuhu, ich hab ein Wan. Ja, ich hab ein Wan. Äh. Den zielbelastend. Äh, Janik, lebst du noch? Ich glaube, er ist eh mal mir vorbeigelaufen. Okay, dann ist es Janik. Janik ist KOS. Ich weiß, dass ich mich geschlossen hab. Nein, du musst es! Posten. Hä, warum hast du Dario? Ja, weil ich dachte, dass Dario fliegetüllert hat. Junge, Alter, tauben wir uns keine Ahnung. Du hast nichts mitbekommen. Ich sag zu Dario, Dario, flieg. Flieg wie eine Taube. Und hab mich selber weggefahren. Dann bin ich selber weggefliegt. Warum? Gefliegt, Alter. Dario, ich hab jetzt erst etwas gecheckt. Du warst in der allererste Runde auf diesem Lapp. Warst du Traitor, oder? Milan ist da. Ähm, in der allerersten Runde... Der Raum, den du mir gezeigt hast, mit den vielen Waffen, ist ein Traitor-Raum. Echt? Ja. Das check ich jetzt erst. Warte, warte, warte. Ich war kein Traitor, das kann nicht sein. Richtige Dinge zuerst. Aber ich konnte den gerade nur per Traitor-Dings aufmachen. Was heißt das, Leon? Leon? Was denn? Leon, du wüsst es. Ich war doch eben Traitor. Da hab ich mich doch auch getötet. Bitte fangt an, nachzudenken. Sag das bitte einfach nur Tom. Nein, ich denke nicht viel nach. Irgendjemand ist gerade durch Fallschaden gestorben. Das hab ich ganz genau gehört. Janik? Ich hab den Sound sieht voll aus genug gehört. Janik? Oh, Janik ist wirklich... Mario? Ja. Nee, ist Janik nicht. Hallo? Ist es Janik? Janik? Ja. Leise. Falsch hat kassiert. Erkennst nicht. Janik, bist du wirklich tot? Janik? Bitte antworte, falls du es nicht kannst. Okay, ja gut, du wirst es noch umgehen. Okay, Janik ist an. Okay, Nikolai, du kämpfst hier wieder. Ich verspong. Warte, wer schießt da? Ich. Warum? Dario hat gefragt, wer schießt. Dario hat gefragt, wer schießt. Junge, Alter, warte, was? Warte, was? Dario hat gefragt, wer schießt. Warte, was? Hä, was? Hey, ich schießt nicht auf dich. Guck mal leid, Milan. Das ist bei mir. Dario, was? Echt? Die Bramsche Theorie hat wieder zugeschlagen. Konfirmt. Alter. Dario, man fragt, wer schießt. Ach, du warst so groß. Alter, ohne Spaß. Ich habe eine Kante erwischt. Nein, nein, Dario. Das ist, dafür musst du Pizzi geguckt haben. Bram hat nach irgendwie 5 Blatt Folgen... Es stimmt halt. Es hat gestimmt gerade. Es stimmt wirklich. Die haben immer gefragt, wer schießt, wenn sie Traitor waren. Und dann wurden sie getötet. Irgendwann haben sie es auch gehört zu sagen. Dann hat das nicht mehr funktioniert. Aber jetzt am Anfang wird es auf jeden Fall funktionieren. Es hat aber interessiert, wer das schießt. Ja, ne, ich finde es übrigens asi, dass du mich im Wasserfall getötet hast, bevor ich überhaupt irgendwas tun konnte. Ich dachte, ich ersticke an irgendwie... Weißt du, da bin ich einmal wieder Traitor. Er wird wieder hier von euch gepickt. Ja, warum mach ich das denn überhaupt nicht? Das Gefühl ist scheiße, ne? Halt dein Maul, verpiss dich. Halt dein Maul, sag mir, was los ist. Du Bastard, nur Schweizer. Dario, das Ding ist wirklich ein Traitor-Raum. Ich komm nicht rein jetzt. Ich war kein Traitor, Leon. Aber wer hat ihn dann aufgemacht? Ja, und Nicolai. Hallo. Ja, ja, ne. Oder war ich Traitor in der ersten Runde? Ich wusste, wie er steckt hat. Äh, was willst du hier? Oh, Leute, moin. Ich wollte eigentlich nur Malation haben. Okay, dann auch wieder. Hau ab. Hast du noch eine Pistole für mich? Nein, hau ab. Bist du dir sicher? Niki, bin ich gleich. Er ist es. Nein, Tom schießt auf mich. Er ist es. Nein, Tom schießt auf mich. Tom ist es gewesen. Aua, Dario schießt auf mich. Dario schießt auf mich. Dario ist es. Dario ist es. Okay. Alles klar, da haben wir ja. Was? Nein. Oh, Dario ist confirmed. Aber Dario hat mich auf 50 Leben runtergeschossen. Dario hat einfach angefangen zu schießen. Deswegen habe ich auf ihn geschossen. Warte mal kurz. Wer lebt denn noch? Meine Wenigkeit. Und ich bin confirmed. Ich habe einen Traitor gekillt. Einer von uns ist es noch. Warte mal. Nico? Nico? Dann muss es Milan safe sein. Warum kannst du es nicht sein? Ja gut, ich kann es theoretisch auch sein. Ja, aber Dario hat gerade auf mich geschossen und Yannick hat auch... Ich habe Dario getötet, weil er auf dich angefangen hat zu schießen. Ja, du kannst es auch ganz off-playt haben, weil... Nee, so big brain bin ich nicht. Ich bin halt. Nein, nein, aber du siehst ja, wer Traitor und der Innocent ist. So, du kannst es off-playt haben. Das confirmt dich nicht. Ja, ich weiß, aber... Ja, aber ich bin nicht so big brain. Immer leid. Du... Tu me leid. Was müsste man hier nachdenken? Ich bin mir zu hoch. Ei. Ei. Ich will Yannick abschütteln. Jetzt, wo ich weiß, er ist nicht mehr confirmed inno, macht mich noch kümmert. Milan ist in dem Baumstamm drin. Und vor allem, ich habe 50 Leben. Ich will nicht, dass er mich tötet. Warum bin ich jetzt angeschossen? Ich habe nur das Fenster kaputt gemacht, mir dann. Damit ich besser beobachte, was du da machst. Echt? Jetzt ist es Nico? Och, Nikolai. Ich habe nur einen Lappen. Was denn? Was bin ich eigentlich so scheiße, ey? Ja, Tom, wirklich, was sollte das? Ich habe eine Diegel und schaffe es nicht, gegen Schlafensgewege anzukommen. Ich hatte so einen Schiss, dass Tom, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, dass Tom Inno ist. Und ich hätte es gerade in Inno wirklich getötet, weil ich auch Inno war. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, bevor ich Tom totfahre. Das war schon ein ganz schöner Dickmove. Vor Tom totfahre. Naja, du bist ja auch ein kleiner Dick. Alter, was für. Mein Schuss war berechtigt. Deiner war berechtigt. Jetzt kommt die beste Map überhaupt. Ach nein, die muss ich auch downloaden. Ihr müsst auf die Models achten, ja. Ja, die Maps ist echt geil. Ich will jetzt schon laufen. Jokama ist 8169. Wo sind hier denn Waffen? Es gibt, es gibt, nee, es gibt ein paar Räume. Da sind eine Menge Waffen drin. Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal, ich bin mir so verwirrt. Was ist denn für eine Map? Ich muss vor allem mal gucken, wie wir aussehen gegenseitig. Das ist denn für eine Map. Ja. Ich raff diese Map. Sie hat mich gerade im Kopf, sie hat mich gerade... Ja. Sieht das geil aus? Alter, ihr seid so hässlich. Nee, das ist ja gerade... Ich habe gerade den Turm-Leuchtung gesehen und dachte, das wäre diese andere komische... Nein, das ist nicht. Das hat mich gerade so... Dario schießt doch mich. Nein! Das sag ich nicht, ich habe nur so geschossen. Dario, du bist es, ich weiß es. Junge, ich bin es nicht. Dario, du bist ein Schwätzer. Dario hat gerade ziemlich aggressiv gesagt, dass er es nicht ist. Ich glaube, er ist es. Ja, wie geschossen. Dario schießt, Dario schießt. Nein, das war ich nicht. Dario, ich habe es nicht. Das war ich nicht. Wieso ist die Arme fehl so verdammt kacke? Nein, das war ich nicht. Ich will den Dario mal wegholen. Ich bin der bis noch ein Präsentier-Teller. Nein, also ich war es wirklich nicht. Oh, tut mir leid, das war genau für mich. Alles gut. Bei mir ist jetzt gerade auch hier Leo. Ich will nicht auf Dario mal schießen, danke. Dario, du Schwätzer, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich, wie kacke ist diese scheiß AWP, ich war bei Leon auf dem Head drauf und bei Tom war ich auf dem Head drauf, ich stand beide still. Die Rifle ist besser. Die Rifle ist besser. Der war ja nicht mal auf dem Körper. Dann bist du halt einfach nur scheiße. Würdest du darauf passen? Ja. Das ist völlig in Ordnung für mich. Hallo, ich bin bei Leon. Die Waffe, die ich haben wollte. Du hast das gesagt, nachdem du gestorben bist. Was bist du denn? Wer ist gestorben? Ich dachte, das wäre noch viel Pair. Also es ist nicht so gut für einen Crowbar gegen TNT zu schlagen. Ey. Okay, ich habe gerade Schuss gehört. Ja, ich habe Minari getötet. Aber Minari stand still. Warum hast du Minari getötet? Frag ihn doch erst mal, ob er eine Begründung hat. Ja, ich dachte, das war ein Set. Die Begründung machen halt gar keinen Sinn. Ich bleib stehen und dann bin ich Tee oder was? Naja. Im Stand, er ist losgelaufen. Hat auf dem Buch und ist entstehen geblieben. Okay, dann leben jetzt nur noch Tom und Leon. Vielleicht hat er eine Waffe oder so gesehen. Und Milan und Niko. Ah ne, Milan ist doch gar nicht gerechtet. Dann ist es Leon. Wieso? Was ist mit Tom? Tom, Tom fand das ein bisschen sehr... Tom, Leon, 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 Leon. Absatz halten. Ja, Tom, Leon ist es. Nein. Ich glaube sogar, dass Nikolai ist, dass man Nikolai die Behauptung aufgestellt hat. Nein, nein, guck mal. Ich werde Leon gleich so eine Kugel in den Kopf knallen. Ich töte Nikolai. Wenn du siehst, sagt Bescheid, wo er ist. Du bist der Einzige, von dem ich ausgehe, dass er Inno ist. Warum? Ich hab halt immer getötet. Ja, aber Yannick hat Hammer drauf reagiert, weil er sich gewundert hat, warum du ihn getötet hast. Das heißt, Yannick war Inno, das heißt, du warst auch Inno. Und du musst reagiert darauf danach. Wie darauf danach? Hä? Sag aber, bist du eigentlich Nikolai? Ich versteck mich. Ich warte, bis ich Leon sehe. Und dann tue ich dir einen ganz gediegenen Headshot. Und dann haben wir die Runde gewonnen, Tom. Hä? Töte mich einfach nicht, lass mich und Leon das. Fuck you. Wo ist er? Auf dem Baum. Wer war's? Alter, dieses scheiß Spiel, ey. Ich echt? Ja, meine Schlussfolgerung war halt komplett richtig. Mir wurde halt nicht getrusted. Ja, aber das war voll unfair. Ich hab das Match über nichts getan. Nee, das war einfach nur Ausschlussverfahren. Aber vor allem, ich weiß nicht, wie du mich ausgelassen hast, ehrlich gesagt. Naja, bei Yannick war Innocent und er war so... Ja, aber du kannst ja jetzt, du kannst bei uns, auf dem Server kannst du nicht nachgucken, wer dich getötet hat. Also du... Ach, das sieht man? Nein, sieht man nicht. Nee, nee, sieht man nicht. Also du hast es ausgeschlossen. Es war jetzt gerade das Glück, dass du ihn richtig ausgeschlossen hast. Achso, nee, aber auch. Aber ich hab ja auch gesagt, wie Tom reagiert hat, weil das so reagiert keiner. Na, Dario, wie geht's dir so heute? Jo. Moin. Was für eine Waffe hast du eigentlich da? Hallo. Hast du nicht durch? Nein. Hast du nur eine Strong-Waffe, ne? Ich will nur eine Waffe haben. Tom, wenn du jetzt nicht weggehst, dann bringe ich dich um. Das ist aber nicht so nett von dir. Tom, schieß. Tom, ist es. Jo, jetzt bin ich schon weg. Äh, ich bin weg heute. Womitag, nein. Äh, by the way, Tom ist es. Das habt ihr mitbekommen, ne? Ist er es wirklich? Nein! Äh, es Dario? Dario lebt auch noch. Dario? Ich war voll weit weg von Dario. Alles klar, alle auf Tom schießen. Achtung, Yannick. Oh. Oh. Ah ja. Gibt hier noch irgendwo eine Deagle rum. Oben auf dem... Oben auf dem... Oben auf dem... Dings, oder? Hast du das zu? Ja, ne, das ist nicht. Ja, wir sind alle drei hier. Er muss zu uns kommen. Hey, da hinten sehe ich sogar die Leiche von Dario. Haha, Tom. Nice try, but actually no. Lol, die liegt da ja ganz unauffällig. Haha, an der gelben Wand ist ganz viel Rot. Hm, wer könnte das wohl sein? Gefunden? Mich? Nein, die Leiche. Wollte ich grad sagen. Weil ich gucken... Weil ich Spaß haben will. Liverpool da alles! Wenn ich mal auf mich ziehe, trist du dir einen Headshot. Ich mach ja nur... Warum? Ja nicht, er ist dort halt... Diego, ne, ich weiß. Sonst trist du dir einen Headshot. Ah... Ah... W das tom aua rotes bild panik da ist nicht eindeutig genug kommen vom hauptraum ich hab keine ahnung wie ich das beschreiben hallo kamerad wie geht es dir alles da ich bin ich sehe außer ich sehe einfach nichts außer vereinzelt pink und schwarz habe ich aber auch nicht sonst kannst du ich wollte mal neu starten und schauen was passiert ist in zwei runden ist eine neue map dran und ich bin ja auch raus jetzt ich habe jetzt nur noch acht fps ich sehe absolut nichts von der märkte nur pink und schwarz also ich kann das durch gut ich kann durch die map gucken ich sehe nur pink und schwarz ab und zu ist das da die halle hallo das ist kein trader bist ja ich glaube achtung verantwortlich achtung immer noch ein fahrzeug irgendwo abgründe ich bin runter gefallen ich habe noch 41 ich bin loch gefallen ja das ist ja das ist ein nein nein Janik, du hast keiner Spaß die. Niko, ich mach mit. Ey, kommt Leute. Ey, komm, jetzt mal realtalk, ich konnte halt nichts machen. Ja, ich werde nicht bei Janik, aber nicht bei allen. Oh, ey, Niko. Hallo, so habe ich mich abgefühlt bei deinem Scheiß mit dem, wer schießt da. Gerecht, einfach nur gerecht, Janik. Ich bin hier nicht versicht. Hallo, Janik. Hallo. Bist jetzt tot? Mann, ey, ich hasse diese Kacke. Ich werde irgendwie geschossen hier, Tom schießt auf mich. So serious. Ey, was machst du da? Stopp! Hä, wer ist es denn jetzt? Och man, warum schießt ihr denn aufeinander? Wär es mal ernsthaft? Traitor? Äh, ich glaube das ist nicht. Wir müssen leer und töten. Ja, siehst du. Was ist das eigentlich für eine mega scheiß Waffe? Du Hure. Es ist alles besser als diese Waffe. Oh. Jetzt mach ich ja. Weißt du, der Kacke, weißt du? Ich sag, komm, schießt auf mich. Hä? Ja. Was macht Nikolai? Schießt erst mal auf mich, während ich nur eine Grower habe. Weißt du, Janik. Nein. Ich hab mich die alle umgebracht. Tom hat mich zuerst getötet. Das ist ja am Anfang. Guck mal, Map wechselt. Ja, das Ding ist, das Ding ist, du sagst, Tom schießt auf mich. Nein, du sagst, Tom schießt auf mich. Ich denk, Tom, äh, Traitor, ich schießt Tom. Und dann passiert nichts. Ja, und Tom war tot. Und da war nur ich da. Und ich laufe mit dem Trauber da rum. Ja, Tom. Oh shit. Tom war innocent. Tom war innocent. Und ich dachte, Tom hat ne Pfeilung und daraufhin tut ich halt dich. Okay, Leute, die Map ist scheiße. Die Map ist scheiße. Weil es hier wenig, weil es hier wenig Waffen gibt. Ich hab die falsche ausgewählt. Macht nächstes Witzig. Ja, und bei mir ist downloadet die auch nicht. Alter, Milan, du bist doch irgendwie ein bisschen verwirrt, ne? Milan ist einfach fache. Milan ist einfach richtig geistig verwirrt. Hallo. Boah. Ich glaube, er ist nicht nur geistig verwirrt, sondern auch geistig behindert. Mindestens. Ey, was soll denn das? Einmal ein Rose von allen Seiten. Er ist aufs Maul. Ich glaube, ihr startet alle mit der Waffe in der Hand. Also, ich hab nichts. Guck mal deine Hand, was du hast. Sicher? Ja, eine Diegel halt, ne? Ja, genau. Du startest mit der Schusswaffe in deiner Hand. Ich bin ohne Schusswaffe in meiner Hand gestartet. Bist du dir sicher? Also, gibt's überhaupt Waffen? Hast Baby meinen Schwanz in der Hand? Es gibt Waffen. Also, ich hab zum Beispiel eine in der Hand. Fangen wir jetzt ernsthaft? Oh. Nein. Nein. Können wir irgendwie die Map wechseln oder so? Ich glaube, Dario hat gar niemand erschossen. Ich hab das Fenster erschossen, mein Sohn. Na immerhin. Ey, yo. Yo, Bro. Ich komm mal rüber. Boah. Können wir irgendwie die Map wechseln? Hä? Wie hast du das denn gemacht? Ähm. Map wechsel wär verdammt anstrengend. Ich hab nämlich immer noch ne Scheiß. Zwei Runden jetzt gewartet. Also nicht gezockt, weil ich gedownloadet hab. Wollen wir die normale B5 spielen? Und die muss ich jetzt auch noch mal warten. Das heißt, jetzt ist die gute Runde, dass ich nicht zocken kann. Oder wir machen CS-Match, weil Tom auch raus ist. Ja, ich war raus. Nee, bei CS-Match bin ich raus. Ich will langsam weiter machen. Lol. Janik. Ja, ich dachte mir so, ich bin Kena Hai am Anfang. Wir können doch einfach schnell diese vier Runden vorbeibringen. Dann kommt die nächste Map. Müsste Kakarigo sein. Bist so tot gewesen, hab ich noch einen Schuss drinnen gehabt. Ich bin dafür, dass wir einfach, dass sich auch mit den Traitor immer umbringen. Dann haben wir schnell ne neue Map. Auf der Map geht das doch sowieso schnell, oder? Ja, eigentlich schon. Hier umzubringen? Ja. Warte, ich hab ne Idee. Alle springen bei der 0. Sekunde runter. Und dann ist einfach random, wer gewinnt. Wenn der Traitor... Okay. Warte, warte, warte. Jeder an der Kante? Ja, warum? Jeder an der Kante und dann... Bei 1 springen. Spring! Aaaaah! Der Traitor ist zu spät runtergesprungen. Ne, was heißt zu spät? Dario springt geil! Ich bin in der Free-Pairing-Phase gestorben, Alter! Ach so. Das belastend. Wir werden uns alle ausmachen. Witz belastend. Und dann ist das... Stefan, weißt du noch das Haus mit nem coolen Bild? Jaa. Ist das Lila oder...? Ähm... Findest heraus. Okay, springt ihr wieder alle runter? safe let's go äh nein sorry ich spring nochmal Leon nooo ach doch nicht spring weiss ich nicht ich dachte wir wollen jetzt schnell machen für Milan ja können wir machen spring mal alle runter let's battle alter vater da hast du bekommen äh ich hab noch 13 alter und ich hab echt hart verehmt ich hab gut geämt du Bostard du Schwarzer Niko ja hast du eigentlich das waren alle ähm ja machen schon ein Haustreffen immer wieder Bostard Niko Niko soll was spiel spielen ja ok aber nur wenn es einer von uns beiden wirklich ist ja ok das war jetzt äh sehr random auf jeden Fall jump down es ist so einfach ja wir wollen ja schnell machen für Milan letzte runde Milan gemütet ja eine runde dann möchten wir mehr pack das bei dir rum wenn die map wechselt während du noch am downloaden bist ne ich glaube nicht also ich hoffe dass die nächste geht ohne dass wir den CSS content haben ne ja wer aber auch wir sind es geht trotzdem ja toll die muss ich da auch glaube ich ewig downloaden ok sonst mach ich gleich ganz kurz einmal Server Neustart und dann ähm kannst du nicht einfach nur Minecraft B5 rein machen dann tauchen wir die nur Minecraft B5 das ist die Minecraft B5 das ist die Minecraft B5 ja die ist Standard MAD Verhält man eigentlich Kamera wenn man sich umbringt? die die wir am Anfang gespielt haben achso ja kann ich machen Verhält man eigentlich Kamera wenn man sich umbringt? Hilfe euch den Schaden von irgend wem äh Kamera kriegst du dazu oder abgezogen ja warum? wenn du dich umbringst achso das weiß ich nicht wer ist denn das? na komm mach schnell darin ähm SDRG C zum Kopieren ne G zum Z äh Z Speichern unter Alter das war mir nicht richtig genug ok machst du Server Neustart Leon? ja Moment Moment ganz kurz bin dann aber raus ja ich glaube ganz ehrlich bin auch raus ja ja dann bin ich auch raus wofür ändere ich das denn jetzt hier gerade? für nichts denn Nacht denn Nacht na dann verabschiede ich mich jetzt vom Stream bis zum nächsten Mal ich mach den Stream jetzt auch erstmal aus und tschüss 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 tschüss